Locker lassen, sonst beißt der mir noch ein. Nein, bist du wahnsinnig, du drehst den Fisch jetzt. Locker lassen, ist sie durch. Immer den gleichen Druck, aber macht jetzt den Lass dir Zeit. Ja, ich hab nur Angst, dass die Delfine sind. Locker lassen. Der ist wahrscheinlich auch für die Delfine ein bisschen zu hoch. Ja, wir gucken mal wieder was. Matthias macht, na geht's noch? Guck mal her Matthias, einmal hier. Ja.